Ich entschuldige mich, bitte grüße meinen Onkel Rudi aus Buddeln, ich würde mich freuen. Wo ist denn Buddeln? Damit geht's ja schon mal los. In Bayern. Deckendorf. Bei Deckendorf das? Ob es den Rudi wirklich gibt, weiß ich nicht. Ja, ist in Bayern. Okay, bist du... Von wem soll ich ihn denn grüßen? Neffe, Nichte... Den gibt's wirklich, der wird sich freuen. Na gut. Auf TikTok... Ich lese kurz was von Twitch vor. Auf TikTok sind gerade die ganzen 10-jährigen Schulschwänzer, die eigentlich noch gar nicht dort sein dürften. Alle 10-jährigen Schulschwänzer gehen jetzt bitte aus TikTok raus. Vom Rainer. Na gut, Rainer. Denk dran, wenn du hier das nächste Mal beim Straßenstrich bist. Wie nett wir zu dir waren. Kann man auch als Quereinsteiger beim Radio arbeiten als Moderator. Warte, sag ich dir gleich. Hallo, Axiela, Sigala und Ellie Goulding all by myself. Es ist Viertel vor neun. Ich bin Susi Wex. Ich bin gerade nicht nur live im Radio, sondern auch auf Twitch und TikTok. Und weil ich so ein guter Mensch bin und ich so angefläht wurde vom Rainer, werde ich jetzt kurz mal den Onkel Rudi aus Buddeln grüßen. Hey, dein Neffe wünscht dir alles Gude und wünsche dir ein schönes Wochenende. Super Freitag, super Samstag. Gern geschehen. Ich bezweifle, dass es den Rudi und den Rainer gibt. Ja, ey, auch wenn sie es nicht gibt, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe hier alles getan, was in meiner Macht stand und niemand kann mir was.